Es ist unser SSV. Herzlich willkommen in Ulm. Das erste Spiel in Mannheim. Durch ein gutes Spiel habt ihr verloren. Heute war es halt nicht so gut. Dein Fahrzeug zum Spiel? Ja, also wir haben heute einiges probiert. Wir haben viel in die Waagschale geworfen. Wir sind viel gelaufen. Es ist halt wenig Effektives dabei rausgekommen. Ein, zwei Chancen hatten wir auf jeden Fall schon gehabt. Aber es ist halt ärgerlich jetzt. Das zweite Spiel wieder verloren. Das nächste Spiel müssen wir jetzt halt wieder Gas geben. Und wieder probieren, erfolgreich zu werden. Wie gefällt es dir eigentlich hier in Ulm? Bist du gut aufgenommen worden? Die Zuschauerkulisse ist okay. Heute bei dem Wetter 900. Die haben uns eigentlich mehr Zuschauer erwartet. Aber allgemein das Gefühl hier in Ulm zu spielen. Wie ist es? Du hast ja schon andere Stationen gehabt mit wesentlich mehr Zuschauern. Ja, auf jeden Fall. Das ist super. Das Umfeld ist auch ganz gut. Ich verstehe mich mit dem Trainer, mit der Mannschaft. Soweit alles ganz gut. Wir sind eine junge Truppe. Wir verstehen uns soweit. Haben die gleichen Interessen. Und ja, es ist ganz gut. Die Stadt gefällt mir. Es gibt viele Seen. Also es passt auf jeden Fall. Alles klar. Dann wünschen wir dir noch viel Glück. Und dass es am Freitag besser läuft. Das ist unser SSV. 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 Vielen Dank.